Der Soccerlounge mit Massimo Ceccheroni vom FC Basel. Er war schon mal da. Er weiss natürlich ungefähr, was er erwartet mit dem Fragebuch. Massimo, wie Sie arbeiten? Was würden Sie arbeiten, wenn für Ihr Einkommen gesorgt wäre? Ich frage, musst du noch arbeiten oder nicht? Selbstverständlich. Was würdest du machen, wenn du so viel Kohle auf der Seite hast, wie der George Bregui, der später zu uns kommt, wenn man nicht mehr arbeiten muss. Also Bergführer in Zermatt kann ich nicht werden, dafür bin ich zu wenig gut. Künstler, dann? Was sehr spannend ist, ist, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten und junge Menschen auszubilden. Das ist sehr spannend. Politik und Meinung. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gewählt? Erst gerade kürzlich. Leider, ja. Also gehst du an den Turnen? Ich gehe an den Turnen, selbstverständlich, ja. Wann haben Sie das letzte Mal etwas zum ersten Mal getan? Das muss in der Kindheit gewesen sein, glaube ich. Also ganz weit weg, ja. Aber bist du auch noch etwas mal neu probiert? Ja, absolut. Aber vielleicht sind es so viele neue Sachen, dass ich mich gar nicht erinnern kann. Dass dich gar nicht acht ist, dann müssen wir vielleicht deine Mitstreiter fragen. Die Soccer Lounge, presented by Raiffeisen. Every Monday at 7 p.m. on SportalHD.com. And we love football.